was ist meine leute ich bin's mal wieder und ja hier seht ihr mal das beste spiel der welt nein natürlich nicht ist es nett alter was los ist es nicht das sind wir unten infiziert auf biolabor infiziert einfach mal so weil ich den modus mp3 immer so gemacht habe und ja das ging eigentlich recht schnell vorbei also ich bin jetzt noch nicht Zeitdruck und ja was wollte ich sagen wir spielen nicht mehr das spiel ist es ist heute der vierte november oder moment ich gucke auf meine uhr für den scheiß november ist es und das kannst du schon nicht mehr spielen alter der wischt kaputt bist bist kaputt geht mir aus ende geht mir alter das ist das ist ghost 2 aller das ist ghost 2 ohne ist das ist schlimm genauso wie bei ghost wer von euch ghost gezeigt hat wenn wir ehrlich äh ghost ist ja bekannt dass es scheiße ist na und das advanced war für wenn ihr besser alter das wird mir besser alle schreien schon rum es ist kacke elodrix schreit rum is love cool ich schreit rum kommande krieger und zwar kennt alles bekannter youtuber die wo jetzt wo ich mir so verstanden da wo das am anfang gesuchtet haben klar am anfang kommen es nicht scheit aber wenn man sich immer wieder beziehungsweise immer mehr reinsteigert und das alle intensiv zockt müssten wir irgendwann mal anhand des leistungsnachweises merken dass es mir besser wird eigentlich aber nö das geht nicht wenn du scheiße statt ist dann bleibst du da so alter das ist schlimm geht es nicht anders scheiße das ist jetzt möglicherweise mein letztes cod gameplay auf den ganzen verfickten scheiß channel ich bin einfach so blöd ich kauf mich den dollar immer wieder wenn er noch herauskommt ich bin also selten blöd ich bin ich weiß nicht so soll ich mich kürt ganz ganz im ernst könnte mich als drübel nacken stellen oder misst ist das schlimm und naja ich hatte ja vorstellte wo es das bälle viel eher in meine richtung ist also westhalle gut man wird auch gekillt ist ja klar oder irgendwann sind aber nicht so schnell vor allem wenn du jetzt auch so sehr da an schuss legst du weg gut aber infiziert modus jetzt hier sieht man es nicht so gut weil man wird halt einmal getötet und da ist man halt mit messern unterwegs aber allgemein so die server und alles und die connection an sich ist einfach nur müll als activision das nicht auf die reihe kriegt sind wir beim entwickler die kriegen das nicht auf die reihe einen entscheidenden server muss man machen dann nehme ich mich doch lieber zwei drei jahre zeit für ein scheiß spiel steck mal zeit oder entwickle ein spiel wo sich danach gut verkauft ich meine es hat jetzt schon weniger vorbestellte zahlen kommt wie ghost alter schlafen wir noch drüber alter dann wacht er auf und lacht also das war schlimm mona mist und activision soll die haben es auch nicht zusammengebracht das spiel einfach so zu machen dass man es zocken kann man stirbt einfach relativ sauschnell zwar schuss oder so und das ende oder abschuss kann sogar kümmern oder dich trifft aber das geht so ratzfatz ohne mist weil nichts mehr aus das ist ein entscheidender kill im übrigen und das ist echt schlimm alter ohne mist wirst blöd wirst blöd und vor allem hat es rumgehüpft wenn man sich von haus zu haus alter ein spiderman ohne mist so ein krank im griech ist der adolf rumgeküpft auf dich oder so nein ist er nicht alter auf schluss also in dem sinne stellen wir da ein statement über den game und man hört sich vielleicht nicht mehr in dem spiel aber irgendwo anders in dem sinne haut rein servus